Und als ich aus dieser Narkose wach wurde, hat mein Oberarzt mich mit den Worten empfangen, Frau Fett, wir müssen Ihnen Ihren Arm amputieren. Ja, also es war der vierte Advent 2004, als ich plötzlich furchtbare Schmerzen in meinem linken Arm hatte. Der Arm war auf Beinstärke geschwollen innerhalb kürzester Zeit. Und als wir im Krankenhaus ankamen, um irgendwie Hilfe zu bekommen, war man so ratlos, dass man sich dazu entschloss, meinen kompletten Arm zu spalten, damit die Spannung aus dem Arm rauskam. Das Katastrophale war nur, dass dadurch, dass der Arm gespalten wurde, der Keim, der irgendwie für diese Schwellung gesorgt hatte, plötzlich über meinen ganzen Körper streuen konnte. Und innerhalb von Sekunden war das Riesenproblem nicht mehr nur mein Arm, sondern meine ganze Person. Ich hatte plötzlich eine körperweite Blutvergiftung von jetzt auf eben. Und ja, ich war eigentlich eine gesunde junge Frau. Ich war 29 Jahre alt, hatte drei kleine Kinder und wollte Weihnachten feiern. Über Nacht hatten sich alle Pläne zerschlagen. Und ich lag auf der Intensivstation und realisierte auch, dass sich eine Katastrophe am Anbahnen war. Ich war von jetzt auf eben total entkräftigt und realisierte, dass ich im Sterben lag. Ich habe mehrmals zu meinem Mann gesagt, Andreas, ich schaffe das nicht mehr, ich spüre das, ich überstehe das nicht. Und merkte auch, dass das Krankenhauspersonal verzweifelte Signale sendete und auch nicht wusste, wie sie mir helfen sollten. Ich wurde innerhalb von vier Tagen, ich glaube dreimal operiert, weil dieser große Spalt immer wieder versorgt werden musste. Und nach vier Tagen realisierte das kleine Krankenhaus, in dem ich lag, dass sie mir nicht mehr helfen konnten. Dann wurde ich vom Helikopter Not verlegt ins Ruhrgebiet, wo man mich aber auch kaum anfasste und sofort nach einer Nacht wieder Not verlegte in die nächste Spezialklinik, wo man mir dann versprach, dass man mich nicht nochmal wegschicken würde, sondern mir irgendwie helfen wollte. Bei all dem war ich körperlich total am Ende und es war eine furchtbare Zeit für meine körperliche Verfassung, weil ich total entkräftigt war und realisierte, dass das alles aus dem Ruder lief. Aber das Unglaubliche in dieser Zeit war, dass ich gespürt habe, der Glaube an Jesus Christus, den ich all die Jahre davor als Lebensinhalt gehabt habe, der wurde Wirklichkeit angesichts des Todes. Ich habe gespürt, dass ich diese Sache eventuell nicht überstehen werde, aber es war kein Schrecken da, sondern ich habe gespürt, dass das, was Jesus Christus in der Bibel sagt, nämlich ich bin die Auferstehung und das Leben, wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er gestorben ist, dass das Wirklichkeit ist. Ich habe damit gerechnet, dass ich das nicht überleben werde, aber es war kein Schrecken und keine Angst vor dem im Raum stehenden Tod da, sondern es war großer Trost da. Es war förmlich so, als wäre Jesus Christus persönlich im Krankenzimmer und würde mit mir durch dieses Todestal gehen. Und es war irgendwie bei all dem Schrecken und bei aller Hoffnungslosigkeit eine unglaubliche Vorfreude schon fast auf das, was eventuell auf mich zukommen würde. Wie man sieht, bin ich nicht gestorben. Mein Zustand wurde allerdings immer instabiler, so dass man sich überlegt hat, dass man mich ins künstliche Koma legt, weil ich auch noch eine Lungenentzündung bekam. Und so wurde ich nach einigen Tagen da auf der Intensivstation ins Koma gelegt. Mein Problem war, nach drei, vier Tagen kam mein Bewusstsein langsam zurück, aber ich war intubiert. Und weil ich so unruhig war, hat man mich auch fixiert. Und als mein Mann das nächste Mal zu mir ans Krankenhausbett kam, war ich ärgerlich, weil ich nicht wusste, was man mit mir angestellt hatte. Ich dachte, wahrscheinlich habe ich eine Krankenschwester verkloppt, dass man mich an mein Bett bindet. Und wollte von Andreas irgendwie, von meinem Mann, eine Antwort haben, was zu diesem Zustand geführt hatte. Und ich weiß noch, wie ich ihn versucht habe, mit meinen Augen zu fixieren. Und weil ich intubiert war, konnte ich ja meine Frage nicht stellen. Und Andreas hat aber realisiert, was mein Problem war. Und ich weiß noch, wie er sich zu mir an mein Bett setzte und mich getröstet hat mit den Worten, Gabi, Das, was hier gerade passiert, verstehst du nicht. Aber wenn du bis jetzt Gott vertraut hast, dann vertraue ihm auch jetzt. Und dann sag, ja Gott, sag ja Vater, so war es wohlgefällig vor dir. Das war dein Plan für mein Leben. Ich habe dir die 29 Jahre bis jetzt vertraut. Und ich will dir weiter vertrauen. Und ich weiß, wie ich innerlich gedacht habe, der hat ja keine Ahnung, was er hier gerade von mir verlangt. Ich konnte ihm aber zum Glück nicht antworten und hatte Zeit, darüber nachzudenken. Und je länger ich darüber nachdachte, desto mehr Sinn machte das alles für mich. Entweder ist Gott ein Gott, der in guten und in schlechten Zeiten mein Gott ist. Oder ist es nicht wert, mein Gott zu sein. Und ich weiß, wie ich in dem Krankenhausbett intubiert und fixiert lag und nochmal ganz bewusst gesagt habe, Ja Gott, ich will dir vertrauen. Auch wenn ich nicht verstehe, was hier gerade läuft, dir gehört mein Vertrauen. Und das Verrückte ist, die Schwester, die für mich zuständig war, die hatte gar nichts von meiner nonverbalen Konversation mit meinem Mann mitbekommen. Aber sie realisierte, dass ich total ruhig geworden war. Und das ging so weit, dass sie mich in dieser Nacht von meiner Fixierung löste, weil sie gemerkt hatte, dass meine Rebellion gegen die Fixierung und gegen die Intubierung weg war. Und ich glaube, dass das wirklich ein Geheimnis ist, dass wenn ich Gott vertraue, dann lässt Gott sich nicht lumpen. Dann gibt Gott Frieden, der größer ist, als ich mir das vorstellen kann. Der größer ist, als alle widrigen Umstände, die mich vielleicht gerade niederdrücken wollen. Und in dem Fall war es so deutlich, dass sogar diese Krankenschwester das gemerkt hat. Ja, nach meiner Koma-Zeit ging es aufwärts, zwei, drei Wochen lang. Und alle dachten, dass ich meine Krankheit ganz gut überstanden hätte. Meine riesenoffene Stelle wurde mit Eigenhaut abgedeckt und da kam eine Transplantation drauf. Und nach den drei Wochen sagte man mir, dass man das nochmal kontrollieren wollte, ob alles gut am Verheilen wäre unter Narkose. Und als ich aus dieser Narkose wach wurde, hat mein Oberarzt mich mit den Worten empfangen, Frau Fett, wir müssen Ihnen leider sagen, dass Ihr Arm katastrophal aussah. Unter der Eigenhaut ist Ihr Fleisch am Absterben an Ihrem Leib. Und wenn nicht ein großes Wunder passiert, müssen wir Ihren Arm amputieren. Und ich weiß, dieses Wort Amputation, Amputieren, das hat mich förmlich umgehauen. Das passte überhaupt nicht zu mir, zu meiner Person. Und er hat sich dann verabschiedet, weil ich, ich wollte tapfer sein, aber ich habe einfach hemmungslos geweint, nachdem er mir das eröffnet hatte und sich verabschiedet hatte. Ich dachte, das ist einfach nicht für mich ausgedacht. Also es gibt so viele tapfere Leute, die gehandicapt durch die Gegend laufen können, aber das passt nicht zu mir. Ich bin eine junge Mutter von drei kleinen Kindern, ich brauche meine beiden Arme. Und ich weiß, ich habe zu Gott geschrien, was soll das? Was denkst du dir dabei? Wo ist da noch eine Logik vorhanden? Das passt doch einfach nicht. Und mein Mann hat versucht, mich zu trösten, aber irgendwie habe ich in Erinnerung, dass an dem Abend kein Trost bei mir ankam. Und dass ich auch irgendwie enttäuscht war von Gott. Und ich weiß, nachdem mein Mann sich verabschiedet hatte, habe ich meine Bibel rausgeholt und dann habe ich aufgeschlagen und den Psalm 77 gelesen. Ich weiß gar nicht, warum, weil dieser Psalm hatte mich vorher noch nie angesprochen. Aber was ich da las, das war, als hätte der Schreiber dieses Psalms exakt meine Situation beschrieben. Der Schreiber schreibt über jemanden, der verzweifelt nachts in seinem Bett wach liegt und seinen Arm ausgestreckt von sich hat. Und wie er darüber grübelt, ob Gott sich vielleicht verändert hat und Gott aufgehört hat, genädigt zu sein. Und ich dachte, ja, das ist genau meine Situation. Diese Fragen sind genau die Fragen, die ich habe. Und das war oder das ist, glaube ich, eine unglaubliche Erfahrung, die jeder machen kann, wie aktuell die Bibel in unsere Situation hineinsprechen kann. Und in dieser Nacht war Gottes Wort, die Bibel, für mich unglaublich brisant aktuell. Ich habe diesen Psalm gelesen und mich so verstanden gefühlt. Ich dachte, das hat ja schon mal jemand durchgemacht, was ich hier durchmache. Und dann schreibt dieser Psalmist in seiner ganzen Verzweiflung, Gott, dein Weg ist im Heiligtum. Und das hört sich vielleicht verrückt an, aber das war für mich wie ein göttliches Handbremseziehen. Liebe Gabi, hör auf mit deiner Verzweiflung. Hör mal ganz kurz zu. Ich, Gott, ich bin am heiligsten Ort des Universums und da plane ich dein Leben. Und wenn das hier mein Plan für dein Leben ist, dann vertrau mir doch einfach. Und das war für mich wie ein Vorhang beiseite ziehen. Gott, dein Weg ist doch im Heiligtum. Ich sitze hier in meinem Bett auf der kleinen Station in der Duisburger Spezialklinik. Ich kann noch nicht mal sehen, was vor der Tür passiert, geschweige denn, was übermorgen ist, wenn die Operation ansteht. Ich habe überhaupt keine Ahnung davon, wie mein Leben sich weiterentwickeln wird. Aber Gott hat den Überblick. Gott weiß schon, was in zehn Jahren sein wird. Und es ist das Beste, ich vertraue ihm einfach. Und ich weiß noch, ich habe mir damals in meine Bibel reingeschrieben, Gott, deine Pläne für mich, für mein Leben werden am heiligsten Ort des Universums entworfen. Und wer bin ich, dass ich meine zu wissen, was gut für mich ist. Ich will dir vertrauen. Und im Prinzip ist das genau die Erfahrung, die ich in der Komazeit gemacht habe. Es war wieder so, dass dieses, scheinbar hatte ich es noch nicht völlig verstanden, aber dieses Ja-Sagen zu Gottes Wegen und zu Gottes Plan für mein Leben die Lösung war. Ich konnte zwei Tage später dem Professor sagen, wenn Sie sehen, dass der Arm ruiniert ist, dann machen Sie sich keine Sorgen. Mir geht es gut. Und dann ziehen Sie durch, was Sie erledigen müssen. Und es war tatsächlich so, dass der Arm abgefault war an meinem Leib und dass tatsächlich am 29. Januar 2005 mein linker Arm amputiert werden musste. Aber es hat niemals dazu geführt, dass ich an Gott verzweifelt wäre, weil Gottes Plan für mich aus einer Dimension entworfen wird, die über meinen Vorstellungen liegt und die über meiner Planungsfähigkeit liegt. Gottes Weg für mein Leben war perfekt. Und ich hätte mir das nicht ausgesucht, aber ich kann mit zehneinhalb Jahren Abstand sagen, dass Gott keinen Fehler gemacht hat, als er das zugelassen hat. Und dass Gott nicht nur in eine Not hineinführt und dann dabei zuschaut, wie ich daran kaputt gehe, sondern dass Gott durchführt. Und so endet auch dieser Psalm, den ich in der Nacht gelesen habe, der mich so getröstet hat. Ja Gott, dein Weg führt manchmal durch tiefe Wasser. Und das ist kein Spaziergang. Aber dein Weg führt hindurch. Und das habe ich erlebt, dass Gottes Weg mit mir durch die Tragik und durch die Tragödie ging und dass Gott die ganze Zeit so spürbar präsent war und so spürbar mich dadurch geführt hat, dass ich ihn durch diese ganze Tragik viel mehr lieben gelernt habe, dass er mir viel persönlicher bekannt geworden ist. Ich glaube, dass oft das Problem von mir, kleinem Mensch ist, wenn ich in eine Not komme, in eine tragische Situation, ist meine erste Reaktion, Gott erklär mir das. Warum machst du das? Und ich habe erlebt, dass Gott mir keine Erklärung schuldig ist, sondern dass die größte Hilfe, die Gott mir sein kann, ist, dass er sich mir zeigt. Und das habe ich in dieser Nacht erlebt, als ich diesen Psalm gelesen habe. Gott hat mir nicht erklärt, Gabi, das ist der Grund, warum ich dir den Arm nehme, sondern, Gabi, guck mal, so groß bin ich und vertrau mir doch einfach. Joni Erikson Tader sagt, ich glaube an den Gott, der zulässt, was er hasst, um zu erreichen, was er liebt. Das ist genau die Erfahrung, die ich gemacht habe in meiner Krankheitszeit. Gott hat zugelassen, was er hasst, dass ich gehandicapt durchs Leben gehen muss, aber er hat dadurch erreicht, was er liebt. Er hat dadurch erreicht, dass ich ihn viel besser kennenlerne, als ich es jemals getan hätte, wenn alles bei mir weiter glatt gelaufen wäre. Gott hat zugelassen, was er hasst, um zu erreichen, was er liebt. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!